Moin meine lieben Zockerstacher, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Und wir machen erstmal weiter. Hier, ihr seid noch im Anbau, ne? Müsstet ihr eigentlich. Drei Tage dauert das schon, ne? Wir bauen jetzt erstmal zu Ende hier und dann haben wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Material bekommen. Und dann haben wir dieses Dach endlich fertig und dann wirklich nur noch irgendwann, wenn wir genug Zeug haben. XP-Farm, XP-Farm, XP-Farm. Ich glaube, diesen ganzen Bunker irgendwie noch, also Eingangs-Bunker-Bereich auf Beton zu kriegen, das wird noch ein Spaß. Licht müssen wir hier auch noch reinbringen. Deswegen machen wir auch erstens die Decke. Und dann können wir uns um den Rest kümmern. Die Decke betonieren, Licht anbringen. Und dann... Ups. An die Wände. So. Nur noch In Anführungsstrichen Nur noch Den anderen Quark hier. Nur noch Imsen. So. Er. Zack. Da kommt wieder Musik, weil wir Besuch bekommen. War aber nicht so. Man sieht auch, ne, dass dadurch, dass die hier oben abgeschrägt sind, seht ihr, das ist genau da in der Kante, da kommt immer Licht durch. Also das ist eigentlich auch ganz gut, das wird von unten nochmal... Weiß nicht, sonst regnet das hier rein. Das wollen wir ja auch nicht. Komm, komm, setz den rein jetzt. Und jetzt... Und zwei rein. Und dann haben wir es. Man glaubt es kaum. So. Da. Da, 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 da. Ah. Jetzt holen wir uns Materialien, die wahrscheinlich immer noch nicht ausreichen werden. ich glaube wir fangen von unten an beton zu machen wäre mir auf jeden fall lieber also ein bisschen beton das ist nicht viel wie weit ist er mit zement tausender herausgeholt warum eigentlich wir könnten eigentlich gleich wieder nachschmeißen noch mal 500 500 500 mischen ja und dann auf geht es auf geht es irgendwie weit wir kommen ich glaube wenn wir jetzt erstmal den beton aufgebraucht haben müssen wir auch wieder etwas länger warten das heißt wir können dann ja erstmal wieder beton im angriff nehmen obwohl da kommt ja noch ein bisschen was nach ach wir gucken mal bevor ich jetzt hier drum herum rede gucken wir einfach genau wie weit ich komme und dann so nun müssen wir zwischendurch noch mal so einen stein runter holen und dann einfach mal sagen wir machen also wir lassen ordentlich stein einschmelzen damit wir zement machen können und ziehen einfach mal los und wenn das dann fertig ist machen wir wirklich noch mal volle pulle beton anziehen nochmal los und dann haben wir genug da oh ha ja ich habe es nicht verstanden ich bin zu langsam ne um da wieder rüber zu kommen ich mach drei kreuze wenn das fertig ist ihr wahrscheinlich auch oh ne scheiß ey gut dass unsere base so gut funktioniert dass wir uns nicht so sorgen machen müssen dass wir beim nächsten blut wohnt der jetzt ja auch morgen schon wieder ist komplett überrannt werden also nochmal schatten schafft ich habe es ja nicht mal zum schnetzler also die musik sagt mir irgendwie zombies in der nähe aber du bist lustig ich muss hier eigentlich auch gleich zwei nehmen damit ich wieder voll bin ne dann müssen sie es wenigstens nicht nur anhauchen um kaputt zu machen ich drücke nicht zufällig wieder aufnehmen hier machen wir auch nochmal eben holz also irgendwo müssen da unten irgendwie zombies gewesen sein weil ich kaum fliege etwas höher bin weg vom geschehen so soll ich nochmal runter gehen wenn wir wieder die musik irgendwo muss hier was sein ich sehe nichts keine ahnung es ist es ist so ein großes bauwerk dass er irgendwann keine kondition mehr hat um rein zu laufen sind die denn das ist natürlich auch nebel jetzt werde ich von hier oben auch nicht viel sehen so tausend haben wir davon ne der ist noch am machen nicht ausschalten er ist natürlich auch noch am machen okay und weiter geht's weiter geht's aber ich fürchte wir kommen doch durch noch mit der decke glaube ich da wird ja noch doch ein bisschen beton gemacht und dann können wir uns kurzzeitig mal wieder um was anderes kümmern nämlich licht ja mal gut aufgestiegen grad wieder so in der letzten zeit ist ja auch immer gut ich kann doch gleich mal wieder skillen auf jeden fall ich wollte ja unbedingt dieses andere gewehr mal ausprobieren und muss ich bald wieder fröhlich ich habe keine ahnung was das ist keine ahnung was das ist so vielleicht ist es er aber nur vielleicht so jetzt ist die die ist weg hallo was denn in dem alten müll drin ah siehste schön schön oder geh ich hier in andere netbereiche rein oder so ich weiß das auch nicht scheint so ne dann kommt er hoch ich kann mir nicht vorstellen dass das nur einer war aber anscheinend doch da 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 wiederhole ich wieder nur so einen klecker betracht raus vielleicht soll ich das einfach mal arbeiten lassen vielleicht vielleicht kümmern wir uns mal wieder ein bisschen aber wir können ja ein bisschen licht machen genau laterne oder so hieß das ding ne da laterne damit wollte ich das eigentlich machen weil dafür brauchen wir keinen strom kein gar nichts äh wir brauchen geschmiedetes eisen wir brauchen scheinwerfer elektrische teile irgendwas brauchen wir glaube ich noch klebeband klebeband haben wir gar nicht mehr so viel glaube ich da müssten wir dann zwischendurch nochmal wieder was machen aus kleber und stoff fetzen glaube ich ne dann kommt das arrivare oh okay echt einfach Klingelband klebeband 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 die frage machen wir sie da ja es ist ja nur noch 20 minuten wir brauchen wir ungefähr 12 ich sag mal erst mal so ich weiß nicht sechs stück erst mal würde ich jetzt fast sagen ich glaube ich hole mir mal das fleisch noch hallo bärchen ich glaube ich habe ein kleines problem ich habe noch hunde gehört nur der eine überraschen einen gerne ja mal okay auch gut ne ja einfach zugebaut drauf geschissen alte treppe steht auch noch da mir doch egal ok gehen wir noch mal eben nee das ist ja doof da wollte ich hin tierfett und das fleisch testosteron extra was macht das eigentlich mal also und knochen und dings kombiniert warstel giste dann holen wir uns noch mal ein bisschen was raus auch wenn es wie gesagt nur diese klecker beträge sind egal was wir haben haben wir müssen ja irgendwie vorankommen hier da oben war schon und ich werde nicht ganz ne ich will erst mal die decke fertig kriegen habe ich ja gesagt ja siehst du erst mal hier reinstecken reinstecken erst mal die materialien da reinstecken und dann machen wir hier weiter das wollte ich nicht egal wird der irgendwann beton so geil bei westberg wenigstens schon mal auf steine aber das so mega weil dann müssten wir nicht mehr so viele pflastersteine herstellen erst mal was ich gerade doch noch tue ich glaube ich muss es mal abbrechen weil jetzt bräuchten wir erst mal keine ich brech das mal eben ab dann haben wir die materialien wieder wie viel haben wir da jetzt noch 220 ja ja komm da haben wir die materialien wieder denn jetzt brauchen wir hauptsächlich nur noch den hier drinnen So, ein bisschen Beton können wir noch wieder mitnehmen. Zack. Schön ist, er macht da nämlich jetzt auch die Lampen. Wir müssen eh abends gucken, wie viel Licht brauchen wir wirklich. Ja, wie viel Licht brauchen wir wirklich, ne? Im Endeffekt nicht viel, weil wir haben auch Licht am Motorrad oder am Auto, wie auch immer. Aber da ist am Tunnel wieder Licht, irgendwie. Das war's schon wieder, Alter. Ich fass es nicht. Gut, ich glaube, ich skill jetzt mal eben ein bisschen. So, jetzt ist es ein bisschen.